ich glaube ich kann nicht zwei teile nicht machen deswegen sieht das jetzt voll scheiße aus voll okay dann gucke ich mal ob ich was von dem anderen vielleicht machen kann und dann gehören aber die auch grad hin äh sorry ich guck grad wegen dem richter machen wir nämlich nur die generator bank da was bei dafür na toll haben wir auch ein paar sachen nicht da steht hat jemand lässt auf dem ausflug ich spiele hier mal arbeiten verstrecken ich will nicht dann gehen und gucken ob wir elektrische teile und ich hatte es lustig war doch hat angefangen also ist auch safe ich habe zwar keine muni aber die finden wir hoffentlich zwischendurch bräuchte man bohrer sicher pfeiler erbogen kannst du machen ja ich brauche noch eisen oder auch nur mit holz geht auch mit der bogen bieten wir brauchst du glaubst hier holz und pflanzen was ist eigentlich mit dem küchentisch der bleibt so alt ist alt eisen holz wo hier haben wir haben gemerkt wir müssen so ein bisschen überleben noch deswegen wir können uns gerade so ein bisschen doch um das haus jetzt zu befestigen in endlich habe ich jetzt mal holz weggelegt mein gott ich mache das haus schön jetzt wenn macht das auch schön 1 1 1 1 1 klar ist die zukunft keine ahnung nein eben schon dreitausende pinken ne danke holz das jetzt verbraten sonst kannst du dir aus dem lagerfeuer was nehmen das dürfte erst mal auf dem holz drin sein kannst du was rausnehmen ich noch bisschen was ist ja ich hab da gleich 600 reingelegt oder so also ja gut das lagerfeuer drin meinte ich ach so herr also kamin ja der lagerfeuer noch mal schlecht draußen ja produkte was ist eigentlich auf dem küchentisch und das ist mit dem kleinen griffen tisch den griffen kann auch mal streichen ich jetzt erstmal jetzt kann bände machen wenn wir wieder kommen jetzt ganz aus pink wo sieht das feuer erstmal ausmachen damit die was rausnehmen kannst du das hier schon angewalt wo da wurden gerade vor schwebst geschickt war es ja hier das ist halt scheiße dieses teil das geht einfach nicht und das geht nicht total bescheuert ja wo ich bin ich bin ich noch mal neu reinsetzen oder wenn du sie einmal aufwertest vielleicht auch schon kurz was ändern weil weg nehmen wahrscheinlich mehr sind noch wundervoll noch ein block und das war's eigentlich im dach her schön schön fett klar sieht auf jeden fall schick aus ich mach die mauer jetzt pink ne war der plan nein 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 super ewe am besten auch mit einem pfeil hallo hier sind wir baufeld so wird die mauer so wie so ein labor vor Ort und Pflanz vorwachen weil er das gilt mit der Boden wieder kaputt wird als Neuermann in der Atoll meine Güte was war das ist Pfeffer in Lohr in Lohr auch nur schliegen die ich bin und sich was anderes mitnehmen hätten ihn können aber das war so viel um die Sitz aus nur ich bin schon draußen also wir nicht verlangt und von diesem Bild ja ich habe dann auch ein bisschen Holz wohl deswegen also ich stehe jetzt vom Tor vor dem Mauer ja ich bin ja nicht einfach wie ohne Kleidung nein will ich werden ich meine ich ja sieht aus wie er läuft ne nackt rum ich hab eigentlich klein und was ist es ja ja ich meine beiden passen oh 18 Grad ich sollte vielleicht wirklich mal reingehen wenn man kann man kann man ja kann man Temperaturzeige ändern ich weiß nicht nein ich hab auch fahren halt die ganz gut ja ja weil so gerade wäre mir lieber ja also gerade sehr kraft sind ja gerade zählst du mal müsste ich mir die Formel noch mal raussuchen wie man das umrechnete ob das soll doch nicht so dass wir heute sind also ich war nur das 0 Grad Celsius mit 32 Grad fahren wir haben nicht mehr erwecken hier gerade noch macht das Fenster doch als Fürst heißt dunkler rundherum die Dachpappe als sie die gehabt die Idee ich so gerade aber auch für die Jutsch Juba Fraktion hier die zu schauen wir können auch gerne den Kommentar schreiben was die zwei hier machen sollten oder was wenn es falsch gemacht haben oder das ja gut ich glaub das ist mal weniger ich hab ich habe mich doch mehr jetzt ein bisschen um die Quest gekümmert erstmal da war eine Schreierin da schreit zurück irgendwie immer wenn ich weg bin oder wenn alleine zu Hause bleibt die kommt irgendwie immer in die Schreierin da war eine Schreierin weißt du warum ich glaub sie hat es mal wieder nötig nein ich merkte oh der fändert Stückenfreiheit ja ja die warte doch mal drauf dass du weg bist und dann das ist das ich verstehe ich kaufe nix ich glaub selber noch ein Schreierin mein Gott Mädels ist alles gut dann muss ich gegenseitig platt machen nur wenn wir keine Freunde sind genau so Kielstwende da habe ich gedacht wenn man so zum Teil auf dem Land der Hälfte sich verarschen bei Typ Atomach wir finden schon in der Riesse zu essen das ist das was ihr die Ende der Zerbeste auch wenn man mit Tumor losgeht das ist auswunden werden die dritte die Wiese so gut und so wird in der Woche oder sonst war die Erfüllung von 9 jetzt ist er wieder weg ist es ist diese Bakke der Tür da hat er nicht wahr 8 kommen baumfellen ich um ein Holz oder so um die Baumeisterung bis auch ein verfolgt ist nicht erst mal bearbeiten ja schön schnitzel ich mal rein lassen sie hat im kopf verloren kann es mal reingucken das essen zu essen wobei donenfleisch keine dose eine wiese ja ja womit ich will was essen hier Nö, der ist nicht gut. Nicht gut. Ich darf den Kopf so ein. Ah, leer. Nix dabei gab's, der Kerl. Oh, langweiler. Spielverderber. Joey's Youth Cast. Alles klar. Na, gebraucht von Händlern. Ich glaube, bei dem war ich auch schon mal. Ich versuchte gerade rein zu kommen. Uh, das ist ein Bestattungs... Uh, nee, Kapelle. Lass mal die Kapelle gehen. Ja, immer rein in der Ruhstube. E-Bims der Priester. Der E-Bims. Komm. Der E-Bims. Das wird erstmal Gottesdienst auf deinem. Okay. Also... Hier, das Pult. Ah, oh. Hier ist ein Sarg. Ich weiß, warum es immer leer ist. Wenn der Pult steht, sieht er nichts. Hm. Der Sarg ist leer. Ja. Ah. Ich hab Papier. Oh, hallo. Ach. Darfst du, oder? Auf. Auf. Das ist so viel. So, ich komm dir jetzt mit zu dem Pferd. Der ist schon tot. Oh, der ist schon tot. Ich glaub, der möchte in den Sarg rein. Ne, die... Oh, der hat nix mit, der Kerl. Oh, hier ist noch ein Cowboy hier. Howdy ho. Wo hast du dein Pferd gelassen? Oder bist du ein Sattelschlepper? Ha. Boah. Ja. Sattelschlepper. Sattelschlepper. Achso, das war Betty. Das war Jan. Achso. Trägt er mich. Ein Glaskriegel natürlich. Okay. Das war auch die Kapelle. Das ist ein Mülleimer. Ein Glaskriegel. Feinspitzen. Hier ist ein Nest. Neu. 25 Federn. Ohnein und Norden. Haben wir sonst genug, ob ihr 7,40 dabei. Da gibt's dann kannst du viel mehr haben. Glauben mir. So. Glaublich. Wir können auch nicht mehr. Ich bin nicht mehr, wie viele Werte. Ich bin nicht mehr, die Stolzlagerung. Die ist zurzeit noch leer. Die ist jetzt noch leer. Also auch die Sieg sind zu realize, die preciso Bonzo, von denen die, die Jo, ne? Können wir aber wieder zucken. Ja, ne? Ja, ne? ja ja der eine schläft auf dem kopf hallo ja 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 egal mal gucken was in dem paket drin ist eine schachtel verdammte nüsse ein maler pinsel der kühlschrank ist leer es gibt saatkartoffeln büttelstand bildlich warum ist er oben gestern sparenplatte die cash gibt es auch noch wieder noch mal stand bei mir und der bonbondose leere baustellen schachtel was für die baustellen schachtel die da das ist ein bisschen spät die ganz lebe so lange die stehen in den behältern der sponderloot alle fünf tage neu also ja sag mir doch mal vorher ja ich hatte gerade nicht kraft ich wollte mal kurz was trinken ja mach das ein berzinfass freut sich der ben war mir doch klar och der hat ja ein bisschen spontanisch gelebt glas kriege verraten das flach brauchen wir nicht das ist ja schlimmer wenn man nüsse isst und dann ist auch wieder aus dem hals stecken bleibt auch direkt der hat ein bisschen spartanisch gelebt daran ist ich gebe auch zu einem hoch ausdenken nach dem wasser tun ich glaube eine tote leiche wobei inzwischen eine tote leiche auch lebende leichten ja ja auto hoch sachen oh geschmiedeter stahl schön ok das auto nehme ich aber auseinander ich brauche nämlich elektrische teilen ich hoffe ja rein oh komponenten auch ja schön ich bin da erst mal mühle alles klar im mühle sind schmerzfabletten natürlich nehm ich mal mit die sind bestimmt noch gut wenn die weggeschmissen wurden ich möchte dass sie bitte zeigen das papier brauchen wir auch mal papier nicht zwangsläuern also man kann es ja ich will verfolgt aber mit auch hier ein neues kopie bisschen platz noch mehr schmerzmittel und ein bisschen öl ja auch kein platz wenn die bilder hat schulden das auch hier ist es auch nur machen kommt ja mal rein in die stube bei dem auto ist drin ja ja schmerzmittel und und öl wenn ich das auto auseinander aber jetzt der gerichtsvoll wir kommen zur fändung und und ich mal achse reparieren oh man ja der 2 ich habe jetzt noch was achten schrank der kasse noch mehr papier und eine trofee die trophäe kann es auch zerlegen ich brauche ein bisschen platz und die ganzen sachen zerlegt hier hier wo es gesperrt ist ja du musst mal machen ich müsste mal ich müsste meinen abschütter barriere es sind zwei gott viel spaß der eine verfolgt mich nicht der andere wollte noch weiter ich wollte einfach nur raus von mir aber egal du stirbst jetzt gut achte es zerlegt die eine und es gibt eine neue ja gut mal gucken was sie drin beschützt haben ein Waffenstreifen wer ist jetzt gerade nicht einfach nein zu einem schrank ein verband ja ich suche nach anderen sagen ich habe andere prioritäten ich muss immer ausmisten alter ich habe die gefunden das ist ja das Toilettische mehr als Toilettesn ah abrufen hey, i have no battlegrounds das ist wahrscheinlich näher bei uns sogar das Flugzeug auf jeden Fall geht es äh da kommt was, ich höre ein Zombie ja hier vorne an der Veranda okay, ich bin oben deswegen Aua, 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 Aua Aua, Aua und wir einfach hier drauf tot der ist ganz nah bei euch steht in der Stadt ah, ich sehe es ich glaube auch kurz mein Lüfterpuff ach da oh, weh langsam, vielleicht ist es die andere Stadt noch ne, das ist dieselbe keine Ahnung, Nachbardorf mal reinzoomen denk daran, dass die Feigen überleben ruckel, ruckel, ruckel dass ich die Kiste runterkommen stell mich unter die Kiste okay, mach ich nicht was, noch ne Glaskrug noch ne Glaskrug guck mal, ob ich die Kilootik bekomme, bevor sie ne Erdbombe erreicht oh, eine Maschinenpistole 9 mm Patron Schmerzmittel greife Bandskästen Bauplan für Sprengbolzen für ne Ambrus und Bauplan für eine Maschinenpistole na gut, ich hab ihn kochtopf okay, die Maschinenpistole leer nicht grad mal den Bauplan habe ich schon mal, den nehme ich mit Verbandskästen kommen auch mit, dafür zerlege ich das da so, die werden auch zerlegt und, ach ne, Schmerzmittel nehme ich jetzt nicht mehr davon haben wir zu viele zuhause schon okay dann zurück zu Jan so, ich bin draußen da ist auch nochmal ein kleines Dorf ach, wobei ist das nicht die Ecke, wo Ben sich niederlassen wollte? na doch, guck mal kurz nach ja rechts von dir ist mein Traumhaus ungefähr da ist doch wieder richtig erkannt die reichen gegen, ne da kommt der reiche Ben oh, Mutti guck mal her, hier ach, die alte Kraftenschwester schon wieder oh, Alter, die hat das schon boah, ich hab mich grad erschrocken so, wir jetzt 2,3 oh, wieder, ne das ist ein Stein und Naschen und Naschen guck mal, das ist noch einer guck mal, das ist noch einer hallo ich hab noch einen Millimeter-Baton wieder, ne oh ja, schön äh, sieht nach einem Soldat aus wo hat er den? nichts jetzt hat er es er hat zwei Verbandskästen ja das macht einen Rocker mit dem Verbandskästen ja, wir Verbandskästen habe ich sogar noch ein Slot dann die 2,3 oder die 2,3 oder die 2,3 okay, nein, nicht zu viel mitnehmen äh, ich hab so viel Scheiße dabei ganz ehrlich mhm, ich müsste zwischen dir auch immer wieder mal aus so ein bisschen weil ich halt elektrische Teile und elektrische Komponenz braucht ja, ich will den Rattenklatter hat schon mal von mir äh, meinte die Regale packen weil ich hier schon ne, vielleicht noch nicht mehr also hier, also hier, äh in der, in der Bar oder in dem Geschäft da ist noch was, habe ich was gefunden aber ich hab das mal zurückgelassen was dann? oh, war noch mal warte mal, ich geh noch mal gucken achgh ne, dann... oh ne, leider, ne, die die, 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 ich glaub ich muss kaputt machen lalalalalala äh, äh, was war das? keine Ahnung, ich bin hier nicht war schon ein Kürschen, nee, war nicht ein Kürschen war schon ein Kürschen, ne, war nicht ein Kürschen war das der Älteste da drin, nein ja, genau, es war blei ach so hat es jetzt nichts noch nicht so wichtig ich lasse mal hier drin liegen wenn du hoch gehst gelangen an der treppe diese küche unter spiel da ist ein kriecher oben das kommt runter kommt der guter hat den anmalen ja noch einer hat umgekommen darf die mutter sagt und wenn sie noch zwei freund nur zwei freunde wollte er schön lasst mich nachladen dann noch ein beziehen fast sollte kollegisch hat nichts abelse business leute nix dabei die lassen hat immer alles im büro ein cowboy stiefel werkzeuge level 70 hier noch eine handlung und der wieder so toby obi ohne bleibadriebe dafür pack ich auch das leder raus habe ich zu überlegen nein ich gehe lieber die leiter wieder runter ob die ist nicht ohne kundin leiter das war's kopiert auch lehrmann Prozent heißen doch nicht auf die Schleuner der Hund ist tot Ramm schüttelt nach seinem Kopf nein 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 Nein, nein, nein. Und auf die wilden Streuner. Zuckung. Das wird lustig. Freut ihr den an sich auch. Ih, wo drauf? Die wilden Streuner. Nein, 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 nein. Oh, hallo. Ein Bauarbeiter. Ein Bauarbeiter. Der ist süß, Alter. Ganz ruhig. Klinger, unser Bänder und zwei. Soviel zum zerlegen. Hehehe. Ein paar meine letzten zwölf. Jetzt so wieder. Äh, Jan? Wo bist du bis hier? Wie bist du gebaut drin? Ja, ja, hinten. Hintenrum. Kornseed. Beispiel. Ich ziehe zusammen mit. Nehmehmehmehmehmehmeh. Ähh. Eine Frage, wegen der Scheune, die welche denn? Über te Zero. und über den meist mit alle fragen direkt stellen wenn wir die anwesend nicht wissen und sagen das einfach genau von der jahr schraubst an deinem neuen auto weil ich am anfang nicht gesehen habe dass da oben blöcke draußen machen sammlerautokühler das sind kann man die rezeption nur es ist ja nicht für sie und sagt das sind so kassel er hat das hat einen platz über Prozent mehr er macht uns ein frei und ganz wichtig ließen und erster was der letzte Mauer so wie vor Schmari Beck er muss nur kurz auswerfen was das Buch das ganze ließen ist auch korrekt korrekt die große Köln für ein Dienster das kann ich hier das Buch und Moment soll mit dem Bauplan oder so gut nee, war ich ja noch nicht genug Benzin-Kennstatt weil das Slot der frei geworden ist, ist jetzt mit Benzin-Kennstatt schon wieder voll, ne? war auch sehr lang gehalten hab sie Licht machen hier das ist nicht das, wo ich hier schon mal drin war? ich glaub das war, wo ich hier schon mal drin war okay, bin von der anderen Seite reingegangen äh, hallo Bauarbeiter wie geht es dir? alles ok? hallo Toiletten Achtung hinter dir, ein wildes Lern, hallo so dein Kind ach, Ben ey ne Flasche, ne Flasche trübes Wasser ist im Klo alles klar der Ben der im Chat ist ich hab ihn plötzlich nicht gesehen tatsächlich nicht tatsächlich nicht was hast du nicht gesehen? wo bist du, oben unten? ne, ich bin oben ne, ich bin oben ok, komm mal hoch gefällt es dir denn, Jan? joa sammle vier von Feder vom Feder vom Feder vom Feder vom Feder vom Feder da hinten ist nichts mehr oh, gut au revoir ja, das wird trübes machen, die Toiletten ne alles auch leer davon hierbei das war da, wo ich ja ja, jeweils schon mal jeden Bürostuhl in dem Buchstuhl lehrer unser letztes oh, hier ist auch schon wieder Papier immer mit 70 Papier da, so ich könnte auch das Buch schreiben oh mach ich da die Scheibe ja, schlag mal mit auf das dauert immer Moment, Moment mal drauf da ich muss mich nur in Axtrafter da gibt's da ich muss mich nur in Axtrafter